Der Arzt ist gut, aber, das ist eine Einleitung, die finde ich immer wieder in Forumbeiträgen oder in Social Media oder Menschen, wenn sie mich was fragen, auf dem Facebook Messenger, WhatsApp, egal wo, fangen Menschen immer wieder an, ihre Problemchen zu schildern und sagen dann, naja, ich bin schon mit dem Arzt zufrieden und der ist auch gut, der Herr Professor sowieso, aber. Und ich möchte zu diesem Satz ein paar Gedanken entwickeln. Ich denke sehr viel nach über das Leid, was verursacht unser Leid und da nenne ich immer wieder das Ego und ich möchte anhand dieses Satzes das Ego ein wenig herausarbeiten in aller Kürze und Würze und aber auch am Ende des Videos sagen, was den Mustern nach ein guter Arzt ist oder nicht und den Mustern nach versuchen zu analysieren, hat man als Leid die Möglichkeit, einen guten Arzt ausfindig zu machen. Ich beginne mal zuerst damit, mit der Aussage, der Arzt ist gut, aber worauf bezieht sich diese Aussage? Die meisten Menschen können ja nicht abschätzen oder nicht nur die meisten Menschen, nehmen da jetzt auch Ärzte mit rein, sind ja auch Menschen, also ich würde behaupten, keiner von uns kann abschätzen, ob der andere in seiner Profession gut ist oder nicht. Weil wir sollen das abschätzen können? Ich müsste ja von diesen Menschen viele, viele Arbeiten gesehen haben. Ich müsste gesehen haben, was er bisher gemacht hat, wie viele fehlerhafte Behandlungen, wenn ich jetzt beim Arzt bin, er gemacht hat, was ist seine Komplikationsrate, wie geht er damit um? Das alles müsste ich ja wissen, um eine Aussage treffen zu können, ist der jetzt gut oder nicht. Die Aussage, worauf man sich häufig bezieht, ist auf die persönliche, die eigene Behandlung und da ist ja ein Phänomen, die Menschen, die mir schreiben, die posten, da hat er die Behandlung meistens nicht hingekaut, das heißt, es ist zu einem Problem gekommen und trotzdem sagt dann dieser Mensch, der ist aber schon gut, obwohl die Behandlung vielleicht bei sich selber einem nicht hingekaut hat. Das sagt jetzt natürlich nichts aus, ob der Arzt gut ist oder schlecht, weil wenn ich nur eine Behandlung habe und die hat nicht hingekaut, vielleicht haben ja tausend andere sehr wohl hingehauen, aber man fragt sich, wie kommt man zu dem Schluss, ob der jetzt gut oder schlecht ist, wenn ich zumal noch einmal eine negative Erfahrung gemacht habe? Na ganz einfach, unser Ego kann es sich nicht eingestehen, dass es einen schlechten Arzt ausgewählt hat. Du, ich habe schon einen guten ausgewählt, ja, weil der ist gut, aber ich habe heute das und das Problem. Und diese Ausarbeitung des Egos, Sie sehen es, ich versuche es sehr prägnant und kurz zu machen, man könnte da jetzt noch sehr, sehr viele Gedanken entwickeln, aber ich glaube, viel wichtiger für Sie als Patient ist die Frage, ja, was macht jetzt eigentlich einen guten Arzt aus? Also, dass ein Arzt eine Behandlung kann, davon gehe ich einmal aus, weil sonst bietet er sie nicht an. Das heißt, jetzt von einer Behandlung einen Rückschluss zu ziehen, ob der Arzt gut oder nicht gut ist, jeder kann eine Schraube hineinschrauben, jeder sollte gewisse Grunddinge seiner Profession kennen, aber das macht er mir noch lange nicht gut oder schlecht. Was ist denn im Alltag, was uns hindert, dass wir eine Tätigkeit gut machen, obwohl wir sie gut könnten? Das ist häufig die Zeit, das sind häufig Ärger im privaten Bereich, das sind viele, viele ganz andere Dinge, die uns daran hindern können, dass wir eine Tätigkeit gut ausführen. Ist es nicht so? Jeder von uns kann kochen, aber was hindert uns häufig am Kochen? Es fehlen die Utensilien, es ist nicht alles beisammen, wir haben wenig Zeit, der Ofen geht vielleicht nicht, egal was. Und Sie merken vielleicht schon, worauf ich hinaus will, ein guter Arzt wird ja nicht schauen, dass er durch ein System, das er im Hintergrund etabliert hat, schaut, dass er immer die gleiche, gute Qualität bringt. Geht es nicht darum, wenn ich jetzt in einer Ordination tätig bin, dass ich mir überlege, wie kann ich trotz dieser ganzen Einflüsse, die auf mich einprassen, so wie auf jeden Menschen, wie kann ich ein System etablieren, das trotzdem der qualitative Standard nicht schwankt? Ich muss immer grinsen, wenn Leute auf YouTube zum Beispiel zeigen, da manche, wie sie eine Zahnfüllung machen oder wie sie dann bei einem Zahn stundenlang herumpopeln. Genau diese Leute sind es nämlich, diese Superärzte sind es nämlich, die einen Fall herausarbeiten ausarbeiten als etwas ganz was Besonderes und 99% der Fälle dann in der Ordi pfuschen, damit sie nur diesen einen Fall, damit sie die Energie für diesen einen Fall aufbringen, Zeit, Geld, um den dann so zu präsentieren. Jemand, der das Zahnleid, in dem Fall jetzt das Zahnleid pehnen will, wird er nicht ein System etablieren, dass er sagt, immer gleicher Standard, gleiche Effizienz, und Sie merken jetzt schon, worauf ich hinaus will, wenn Sie einer betörnen will, einen Arzt mit einer einzigen Behandlung, weil er die auf YouTube gerade zeigt, oder weil er Ihnen erzählt, er hat sich auf das eine Thema spezialisiert, dann zahlt das meistens nicht von einem guten Arzt. Ein guter Arzt, der hat ein großes Spektrum und versucht, dieses Spektrum in gleich guter Qualität in der Ordination anzubieten. Seien das jetzt sterile Container, sei das eine Hygienestraße, sei das eine spezielle Art der Dokumentation, und Sie finden zu den einzelnen Themen sehr viele, viele Videos. So haben Sie als Leid die Möglichkeit, annäherungsweise zu sagen, naja, nimmt er seinen Beruf ernst oder nicht, aber nicht von einer Behandlung, die Ihnen widerfahren ist und wo Sie Ihrem Gefühl geben, naja, der muss ja gut sein, weil das Gefühl, das täuscht immer. Immer haben uns unser Gefühl betrogen. Ein guter Arzt wird Ihnen die Zusammenhänge erklären, oder? Also wie es überhaupt so weit gekommen ist. Ich habe dieses Video, schlechte Zähne sind ein Irrglaube. Und ich frage immer wieder die Menschen, du, hast du das gewusst, bevor du die Implantate bekommen hast? Hast du das und das? Ich habe immer wieder, wir sind durchs Internet groß geworden und somit kommen zu uns hauptsächlich die Problemfälle, die also woanders, wo die Behandlung nicht so hingehauen hat. Und ich frage immer wieder den Menschen, du, hast du diese Zusammenhänge, wie sie da im Video gezeigt werden, wieso du also deine Füllungen da hast und da hast und nie da, hast du das vorher so gehört? Nein, aber der Arzt war schon gut. Und Sie merken schon, was macht jetzt der Arzt gut oder schlecht? Sollte nicht ein guter Arzt einmal die Zusammenhänge erklären, damit ich das einmal verstehe, weil nur so kann ich ja mein Verhalten ändern und dann halt die Therapie auch noch gut machen? Und Sie sehen, Sie haben als Laie irrsinnig viele Möglichkeiten zu hinterfragen, ob der Arzt gut oder schlecht ist. Aber da müssen Sie sich einmal von Ihrem Gefühl trennen. Denn unser Gefühl, das kann man ganz einfach manipulieren. Davon lebt eine ganze Industrie. Sie nennt sich Marketing oder beim Sprechen neurolinguistisches Programmieren. Da gibt es so viele Bereiche, wo man nur auf unser Gefühl appelliert, alles bio, alles ja natürlich. Du, die Versicherungen sind für dich da. Die Banken haben dein Wohl in den Augen. Da geht es ja nur um, ob das Gefühl zu appellieren, weil die Taten sind ganz andere. Sie als Patient müssen sich aber fragen, was sind die Taten dieses Arztes? Klärt er mich über die Zusammenhänge auf? Wieso habe ich schlechte Zähne? Wie ist der Ablauf in der Ordination strukturiert? Verwendet er Container, Sterilisationscontainer? Hat er Einmalartikel? Ist er am Zahn der Zeit bei den Behandlungen? Schlagwort Mikroskope, Schlagwort Fachgebiete, die ineinander greifen? Die Parodontologie mit der Endodontologie, mit der Implantologie? Oder positioniert er sich als der Implantologe? Oder nur der Endodontologe? Wie gut oder wie wahrscheinlich ist es, dass mich ein Endodontologe über die Implantologie aufklären kann, dass er mir sozusagen empfehlen kann, du, vielleicht ist es gar nicht einmal so gut, diesen Zahn zu erhalten. Mach lieber das Implantat. Weil aus der Erfahrung weiß ich schon, dass diese endodontologischen Zähne, wenn sie dieses und dieses Stadium erreicht haben, auf lange Zeit nicht haltbar sind. Wie wahrscheinlich ist es, dass mich dann ein so ein Spezialist wahrhaftig in eine Richtung aufträgt, aufklärt, die gegen seine Geldbörse spricht. Und Sie merken schon, das sind ganz andere Faktoren, wie man einen Arzt als gut oder schlecht beurteilt, als das persönliche Gefühl. Und wieso ich Ihnen dieses Video oder wieso ich dieses Video gemacht habe, nicht, weil ich jetzt auf jeden Fall böse zeigen will oder weil ich mich daher fortun bieten will. Nebenbei, ich stelle mir diese Frage sehr häufig, was macht es jetzt, wann mache ich meinen Job gut und versuche das System immer wieder anzupassen und zu optimieren im Sinne der Menschen. Weil ich der Überzeugung bin, würden wir das alles so beginnen zu tun, dann würden wir das Leid auf vielen Ebenen beenden können. Und mir als Papenschlosser, mir geht es um das Ende des Zahnleides. In diesem Sinne, alles Liebe.